In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr euch selbst einen Gaming-PC bauen könnt und was dabei zu beachten ist. Viel Spaß dabei und los geht's! Diese Anleitung zeigt den Zusammenbau des 888€ Gaming-PCs, den ich euch vor kurzem vorgestellt habe. Das entsprechende Video mit allen Infos zu den Einzelteilen, Benchmarks und Spieletests findet ihr unten in der Beschreibung. Ihr könnt natürlich aber auch ganz andere Komponenten für euren PC verwenden, denn der Ablauf ist immer nahezu identisch und wenn ihr doch mal nicht weiterkommt oder euch etwas merkwürdig erscheint, dann werft man einen Blick in die beiliegenden Anleitungen oder schreibt einen Kommentar. An Werkzeug benötigt ihr lediglich einen Kreuzschraubendreher, außerdem solltet ihr euch bevor ihr anfangt entladen, das geht zum Beispiel über eine blanke Stelle am Heizkörper oder aber über den Massekontakt einer Steckdose. Ein Erdungsarmband ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht nötig, sämtliche Schrauben sollten nicht übertrieben fest angezogen werden, um keine Bauteile zu beschädigen, geht hier also mit etwas Gefühl ran, nehmt euch generell etwas Zeit und schaut euch alles in Ruhe an. Wir beginnen mit dem Mainboard und installieren im ersten Schritt den Prozessor, dafür entriegeln wir die Sockelabdeckung über den seitlichen Hebel und klappen diese nach oben weg. Nun nehmen wir uns die CPU und legen sie in den Sockel ein, dabei ist die richtige Orientierung zu beachten. Auf der CPU befindet sich in einer Ecke ein kleines Dreieck und auf dem Mainboard ist ebenfalls eine Markierung, die beiden müssen in dieselbe Richtung zeigen. Wenn die CPU dann richtig eingesetzt ist, könnt ihr die Abdeckung wieder herunterklappen und den Hebel verriegeln. Wundert euch nicht, das geht durchaus etwas schwerer, die schwarze Schutzabdeckung springt bei diesem Vorgang heraus, die solltet ihr auch aufbewahren, da sie für eventuelle Garantiefälle wichtig ist. Falls ihr einen AMD Prozessor verbauen möchtet, ist das Prinzip ähnlich. Klappt den seitlichen Hebel nach oben und setzt den Prozessor ein, seid dabei vorsichtig, damit keiner der Pins verbogen wird. Anschließend klappt ihr den Hebel wieder herunter und das war schon alles. Weiter geht es mit dem CPU Kühler, also unserem Ben Nevis. Je nach Sockel gibt es verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, Montagematerial für alle Varianten befindet sich auch im Lieferumfang. Zuerst nehmen wir uns die Intel Backplate zur Hand und entfernen die beiden Schutzfolien der Klebeflächen. Wir drehen das Mainboard um und setzen die Backplate an die entsprechende Stelle, achtet dabei auf die Aussparungen für die beiden Schrauben. Am Kühler selbst müssen noch die passenden Halterungen angeschraubt werden, passend bedeutet in diesem Fall für den 1151 Sockel. Wenn das erledigt ist, vergesst nicht die Schutzfolie vom Sockel des Kühlers zu entfernen. Bevor wir ihn jetzt befestigen, müssen wir noch kurz etwas Wärmeleitpaste auftragen, die ist ebenfalls im Lieferumfang dabei. Wie man das am besten macht, sieht so ziemlich jeder anders. Ich mache immer einen kleinen Klecks in die Mitte der CPU. Durch den Druck des Kühlers wird die Paste dann nahezu perfekt von selbst verteilt. Jetzt wird der Benevis endlich installiert, dafür setzen wir ihn vorsichtig auf die CPU und achten darauf, dass die vier Schrauben die Gewinde der Backplate treffen. Dann könnt ihr mit dem Festschrauben beginnen, wichtig ist aber, dass ihr die Schrauben erstens über Kreuz rein dreht und zweitens nicht übertrieben fest anzieht. Nun fehlt hier nur noch die Verbindung zum Mainboard, dafür müssen wir diesen Stecker auf den passenden Anschluss, der auch mit CPU Fan beschriftet ist, aufsetzen. Je nach CPU Kühler kann der Ablauf etwas anders sein, hier hilft also der Blick in die Anleitung. Selbiges gilt für die Installation einer Kompakt-Wasserkühlung. Die Installation des Arbeitsspeichers ist dagegen deutlich einfacher. Wir haben zwei Speicherriegel und werden diese im Dual Channel laufen lassen. Welche beiden RAM-Bänke ihr dafür auf dem Mainboard verwenden müsst, steht oft direkt daneben, wenn das nicht der Fall ist, hilft ein Blick ins Handbuch. Wir bauen die beiden Riegel in Slots 2 und 4 ein. Jetzt drückt ihr den seitlichen Hebel der beiden Slots herunter und nehmt euch einen Speicherriegel zur Hand. Der passt auch wieder nur in eine Richtung rein, wie rum er muss, könnt ihr den Einkerbungen bei den Pins entnehmen. Dann setzt ihr den Riegel ein und übt ein bisschen Druck auf die obere Kante aus, bis der seitliche Hebel von alleine einrastet und ihr ein kleines Klicken hört. Falls ihr eine M.2 SSD verwenden wollt, müsst ihr diese lediglich in den entsprechenden Slot einsetzen und dann festschrauben. Die Schraube und das zugehörige Gewindestück sind teilweise nicht vormontiert, sondern liegen im Karton vom Mainboard. Zu den normalen SATA-Speichermedien kommen wir gleich. Jetzt kommt das Gehäuse ins Spiel und da könnt ihr euch erstmal einen kurzen Überblick verschaffen, den Lieferumfang checken und eventuell im Weg liegende Kabel ein bisschen ordnen bzw. zur Seite räumen. Es liegt ein Karton mit diversen Schrauben bei und bei diesem Gehäuse ist auch direkt ganz exakt beschrieben, wofür welche Schraube verwendet wird. Bei anderen Gehäusen müsst ihr gegebenenfalls in der Anleitung nachschauen, irgendeine Erklärung sollte aber fast immer vorhanden sein. Wir starten mit dem Netzteil, welches bei diesem Gehäuse unter einer Abdeckung verbaut wird. Zum Einbau muss an der Rückseite ein Rahmen gelöst werden, den wir dann mit den vier dafür vorgesehenen Schrauben am Netzteil befestigen. Der große Lüfter muss beim Einbau nach unten zeigen. Das Gehäuse hat hier Öffnungen zur Luftzufuhr. Aus Platzgründen macht es durchaus Sinn, vor dem Einbau schon mal die benötigten Kabel anzustecken. Wir brauchen einmal PCI Express für die Grafikkarte und zwei SATA-Stränge für die Speichermedien. In meinem Fall verwende ich aus optischen Gründen gesleefte Kabelerweiterungen von CableMod, die ich an dieser Stelle ebenfalls schon mal verbinde. Die Kabel sind wirklich nur für die Optik, ihr könnt also auch ohne Probleme nur die schwarzen Standardkabel des Netzteils nutzen. Zu guter Letzt schieben wir alles von der Rückseite aus in das Gehäuse und fixieren das Ganze mit den beiden seitlichen Schrauben. Weiter oben verbauen wir nun die Anschlussblende des Mainboards, die einfach nur von innen in die Aussparung gedrückt werden muss, bis sie an allen Seiten eingerastet ist. Bevor das Mainboard eingesetzt werden kann, müssen zuerst Abstandshalter an den richtigen Positionen platziert werden. Ein Blick in die Anleitung des Gehäuses verrät euch, wo genau diese Abstandshalter für euren Mainboard Formfaktor sitzen müssen. Für unser Micro ATX Board brauchen wir sieben Stück und schrauben diese mit dem beiliegenden Tool einfach an ihre Positionen. Bei anderen Gehäusen sind die Abstandshalter teilweise bereits vorinstalliert, da müsst ihr also einfach mal schauen. Jetzt kann das Mainboard in das Gehäuse eingesetzt werden. Positioniert es exakt so, dass die Befestigungslöcher des Boardes genau über den Gewinden der Abstandshalter sitzen und achtet auch darauf, dass hinten im I.O. Bereich alles richtig sitzt. Mit den passenden sieben Schrauben befestigt ihr das Board anschließend. Nun kommen wir zur Verkabelung. Ich zeige euch jetzt nicht exakt, wo ich welches Kabel langführe, sondern einfach nur, wo es hin muss. Ihr könnt bei euch ja einfach etwas darauf achten, dass ihr die Kabel möglichst ordentlich verlegt und größtenteils unsichtbar auf der Rückseite verstaut. Wir starten mit der Stromversorgung des Mainboards, dafür ist der große 24-Pin-Stecker zuständig. Achtet darauf, dass er auch wirklich fest sitzt und hinter der kleinen Haltenase eingerastet ist. Weiter geht's mit dem USB 3.0-Stecker für die Frontanschlüsse am Gehäuse. Dieser kommt direkt neben den 24-Pin-Stecker, der Anschluss ist auch entsprechend beschriftet, dort steht also USB 3.0 dran. Als nächstes braucht die CPU natürlich auch noch Strom, dafür ist der 4- bzw. 8-Pin EPS-Stecker. Das Anschließen kann durch den CPU-Kühler manchmal etwas schwieriger sein. Der Anschluss befindet sich auf jeden Fall oberhalb der CPU, meistens in der linken Ecke. Für die Front-Audio-Anschlüsse gibt es diesen Stecker, der auf den quasi gleichnamigen Anschluss gehört. Ihr findet ihn unten links. Falls euer Gehäuse auch noch USB 2.0 Frontanschlüsse hat, dann habt ihr auch noch so einen Stecker hier, der bzw. die Anschlüsse dafür sind meistens am unteren Rand und ebenfalls entsprechend beschriftet. Jetzt wird es nochmal etwas fummelig, denn die Power-Taste, der Reset-Schalter und die Power- sowie HDD-LED haben jeweils einen ziemlich kleinen Stecker und die müssen in der richtigen Reihenfolge unter Beachtung von Plus und Minus angeschlossen werden. Im Handbuch gibt es wieder ein Bild dazu, sodass man lediglich nachschauen muss. Die Plus-Kabel sind auch nochmal mit einem kleinen Pfeil am Kunststoff gekennzeichnet. Wir bringen alle Stecker nun also an den richtigen Platz. Zuletzt müssen die beiden Gehäuselüfter am Mainboard angeschlossen werden. Dafür gibt es mehrere Anschlüsse, die mit System-Fan gekennzeichnet sind. Genau wie vorhin beim CPU-Lüfter muss das Ganze einfach nur angesteckt werden. Allzu viel fehlt schon gar nicht mehr, jetzt machen wir uns an den Einbau der Festplatten. Ein Laufwerk habe ich hier übrigens nicht verbaut, da ich, wie viele andere auch, einfach keins mehr brauche. Man würde es aber exakt genauso anschließen. Die SSD bringen wir hinter dem Mainboard an, hier sind drei 2,5 Zoll Plätze verfügbar. Links befindet sich eine Schraube, die wir nur lösen müssen, um die komplette SSD-Halterung herauszunehmen. Mit vier Schrauben befestigen wir die SSD dann an der Halterung, setzen diese wieder in das Gehäuse ein und befestigen sie mit der Schraube. An dieser Stelle können wir auch direkt die beiden SATA-Kabel anschließen, einmal für Strom, das Kabel kommt natürlich vom Netzteil, und einmal für die Datenübertragung, das Kabel schließen wir dann gleich noch an das Mainboard an. Für die HDD gibt es unter der Netzteilabdeckung einen Festplattenkäfig. Wir nehmen uns einfach eine der beiden Halterungen heraus, befestigen die Festplatte mit vier Schrauben darin und schieben sie schlussendlich wieder in den Käfig. Die HDD wird nun ebenfalls mit dem Strom- sowie Datenkabel verbunden. Die anderen Enden der beiden Datenkabel, also einmal von der SSD und einmal von der HDD, stecken wir nun auf das Mainboard. Hier gibt es genügend dieser Anschlüsse, ihr müsst die Kabel einfach nur einstecken, bis es Klick macht und schon ist auch dieser Schritt erledigt. Für den Grafikkarteneinbau schaffen wir uns jetzt erstmal etwas Platz, indem wir die Slotblenden an der Gehäuserückseite an der passenden Stelle losschrauben und herausnehmen. Für die RX 580 müssen zwei Blenden weg und zwar auf Höhe des obersten PCI Express Slots. Nun setzen wir die Grafikkarte vorsichtig ein, wobei ihr darauf achten müsst, dass der kleine Hebel an der rechten Seite des Slots heruntergedrückt ist. Wenn die Karte einrastet, hört ihr ein leichtes Klicken. An der Slotblende schraubt ihr jetzt noch die beiden Schrauben wieder rein und somit ist auch die letzte Komponente installiert. Was fehlt ist natürlich noch Strom, das entsprechende 8 Pin PCI Express Kabel muss einfach nur richtig herum angesteckt werden. Um die Optik noch etwas aufzuwerten, könnt ihr zum Beispiel noch LED Strips verbauen. Ich habe hier die CableMod RGB Variante, die man farblich anpassen kann. Die Strips halten außerdem magnetisch, was wirklich praktisch ist. Hier muss man lediglich den Receiver per SATA mit Strom versorgen, wie eben bei den Speichermedien und dann die LED Strips daran anschließen. Achtet hierbei darauf, dass ihr Plus mit Plus verbindet. Damit ist der gesamte Zusammenbau nun abgeschlossen, ordnet die Kabel auf der Rückseite noch ein bisschen und dann könnt ihr die Seitenteile wieder anbringen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, denn wir werden den PC zum ersten Mal anschalten und dabei werden dann natürlich auch mögliche Fehler sichtbar. Wenn ihr die Anleitung genau befolgt habt und nicht zufälligerweise etwas defekt ist, wird der Rechner aber auch problemlos starten. Starten bedeutet in dem Fall aber natürlich noch nicht, dass direkt Windows hochfährt, denn das muss erst mal installiert werden. Lasst mal direkt einen Like da, wenn ihr auch zur Installation eines neuen Systems eine Videoanleitung haben möchtet, also wie man alles vorbereitet und dann Windows sowie alle Treiber installiert etc. Damit sind wir dann am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen und hoffentlich natürlich auch geholfen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt diese einfach in den Kommentaren und ansonsten würde ich mich natürlich über generelles Feedback oder ein Abo freuen. Nun aber genug, ich verabschiede mich, macht es gut Leute, bis zum nächsten Mal, ciao!